Auf der internationalen Raumstation ISS gab es in der Nacht zum Donnerstag ein großes Hallo. Denn die Ablösung für den deutschen Astronauten Matthias Maurer und sein Team ist angekommen. Rund 20 Stunden nach dem Start der Trägerrakete koppelte die Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der Raumstation an. Die vier Astronautinnen und Astronauten, zwei Männer und zwei Frauen, sollen rund sechs Monate auf der ISS bleiben und dort zahlreiche wissenschaftliche Experimente durchführen. Neben drei US-Amerikanern gehört auch eine Italienerin zum Team. Mit der Amerikanerin Jessica Watkins wird erstmals eine schwarze Frau für längere Zeit im Weltraum sein. Maurer und seine drei amerikanischen Kollegen sollen kommende Woche zur Erde zurückkehren.